Herzlich willkommen zu einer Vorlesung Ingenieurinformatik. Heute ist das Thema Buhlsche Algebra. Buhlsche Algebra ist eine Grundlage für die Schaltungstechnik und wir wollten uns ja im Laufe des Semesters auch ein bisschen anschauen, wie man überhaupt diese Rechenmaschinen baut. Das ist also im Prinzip die theoretische Grundlage dafür. Die Buhlsche Algebra beschäftigt sich mit der logischen Verknüpfung von Wahrheitswerten. Ein Wahrheitswert, das haben wir auch schon gehabt in Java, aber ein Buhlscher Wert, der kann zwei Werte einnehmen, nämlich wahr oder falsch. Im Englischen sagt man true und false und wenn man damit rechnet, also hier in der Darstellung, schreibt man auch gerne 0 und 1. So, jetzt haben wir gesagt Verknüpfung, das heißt es gibt Operationen zwischen diesen Werten und die werden mit sogenannten Wahrheitstabellen definiert. Schauen wir uns das mal an. Also es gibt logische Funktionen, drei Stück an der Zahl sind die Grundfunktion, die Unfunktion, die Oder-Funktion und die Nicht-Funktion. Dazu gibt es ein Schaltsymbol jeweils. Ich habe ja gesagt, das Ganze ist die Grundlage für die Schaltungstechnik. Das heißt also, hier gehen zwei Signale rein, dann werden die hier verknüpft und dann kommt ein Signal wieder raus. E1, E2, Eingang 1, Eingang 2, Ausgang 1. Das gleiche gilt für die Disjunktion und für die Nicht-Funktion. Sie sehen die Schaltsymbole, da ist jetzt hier das kaufmännische UND drin, hier ist ein größer gleich 1 drin und hier sehen Sie, da ist einfach dieser angehängte Kreis. Das ist die Nicht-Funktion. Gut, was machen diese Funktionen? Dafür gibt es Funktionstabellen. Das heißt, wenn ich jetzt hier die Eingänge betrachte, dann gibt es ja bei zwei Eingängen vier Möglichkeiten, nämlich dass ich zweimal eine 0 eingebe, einmal eine 0 und eine 1, einmal eine 1 und eine 0 und zweimal eine 1. Und dann gibt es eben dafür immer zugeordnet einen Ausgangswert. Jetzt schauen wir uns das mal an, wenn wir das durchpermutiert haben, in diese Richtung. Wenn ich 0 und 0 eingebe in eine UND-Funktion, dann kommt 0 raus. Wenn ich 0 und 1 eingebe, kommt 0 raus. Wenn ich 1 und 0 eingebe, kommt 0 raus. Wenn ich 1 und 1 eingebe, kommt 1 raus. Das heißt also, das Ganze wird nur dann wahr, wenn wirklich beide Eingangswerte wahr sind. Schauen wir uns mal die ODER-Funktion an. Bei der ODER-Funktion, wenn ich 0 und 0 eingebe, kommt wirklich 0 raus. Wenn ich 0 und 1 eingebe, also wenn einer oder der andere Wert 1 ist, dann kommt 1 raus. Sehen Sie hier, wenn der Wert 1 ist und der andere ist halt nicht 1, aber einer ist 1, dann kommt eine 1 raus. Und es kommt auch dann eine 1 raus, wenn beide Werte 1 sind. Gut, bei der Nicht-Funktion ist es noch viel einfacher. Da kommt natürlich im Prinzip immer das Gegenteil von dem raus, was ich reintue. Also wenn ich eine 0 reintue, kommt eine 1 raus. Wenn ich eine 1 reintue, kommt eine 0 raus. Das Ganze kann man auch hinschreiben in algebraischer Schreibweise, Schaltalgebra. Da würde es so aussehen, A ist gleich definiert als Eingang 1. Und jetzt kommt dieses Dach, Eingang 2. Dieses Dach ist die UN-Funktion. Hier die ODER-Funktion ist eben dieses V. Für die Lateiner unter Ihnen, das V steht für VEL im Lateinischen. Da kann man es sich ganz gut merken. Gut, und wenn ich etwas negieren möchte, also mit der Nicht-Funktion überlagern möchte, dann mache ich da einfach einen Strich drüber. So kann ich es also hinschreiben. Und jetzt kann ich damit natürlich auch noch ein bisschen rechnen. Es gibt mehrere Gesetze. Einige davon kennen Sie aus der Standard-Algebra, also aus der normalen Algebra mit den üblichen Zahlen. Fangen wir mal mit dem Einfachen an. Kommutativgesetz ist, ich kann die Reihenfolge vertauschen. Das ist klar, wenn ich mir das wieder als Schallalgebra vorstelle. Ob ich das jetzt in den oberen oder in den unteren Kasten stecke, das Käbelchen, den Slot stecke in das Käbelchen, ist ja egal. Also ich kann A und B ist das gleiche wie B und A. Das gleiche gilt auch für das ODER. Dann gibt es das Assoziativgesetz. Das kennen Sie auch. Auch, dass ich die Klammern setzen und weglassen kann, solange hier die Operatoren gleich sind. Also wenn ich hier lauter Signale mit UND verknüpft habe, dann kann ich die Klammern beliebig darin setzen. Habe ich alle mit ODER verknüpft, kann ich darin auch die Klammern beliebig setzen. Beim Mischen geht das nicht mehr. So, dann gibt es das Indempotenzgesetz. Das heißt im Prinzip, wenn ich A und A miteinander verknüpfe, dann kommt natürlich wieder A raus. Das gleiche gilt für A oder A. Das ist eigentlich noch relativ einleuchtend. Dann haben wir das Distributivgesetz. Das haben Sie in der Normalalgebra als Aus- und Einklammern mal gelernt wahrscheinlich. Auch das funktioniert ähnlich wie in der Normalalgebra. Also wenn ich A und einen Term in Klammern habe, der mit ODER verknüpft ist, dann kann ich entsprechend das A da reinklammern. Das funktioniert auch genau in die andere Richtung. Dann wäre es ja das Ausklammern. Funktioniert auch umgekehrt. Also wenn ich A oder einen Term habe, dann kann ich auch jeweils die Eingangswerte mit A unverknüpfen. Auch das ist logisch. Wenn das A schon wahr ist, dann hätte es ja hier den gleichen Effekt. Und wenn es falsch ist, dann würde ja in dem Fall einfach der Term B und C wieder durchschlagen. Dann gibt es das Neutralitätsgesetz. Das ist eigentlich nur eine Vereinfachung. Das brauchen Sie immer dann, wenn Sie herausgekriegt haben, dass ein Teil der Schaltung sowieso immer 1 ergibt oder in dem Fall hier sowieso immer 0. Denn dann kann ich sagen, also A und 1 ist A. Das ist klar, weil wenn A jetzt 0 wäre, dann wäre das Ergebnis der Unverknüpfung auch 0. Und wenn A 1 wäre, dann wäre das Ergebnis der Unverknüpfung eben 1. Umgekehrt gilt das für das ODER. Also A oder 0 ist gleich A. Dann gibt es das Extremalgesetz. Das heißt, wenn ich jetzt A und 0 verknüpfe, das kann niemals 1 werden. Denn das und 0 ist immer 0. Genau das gleiche für das ODER 1. Ja, das ist auch immer 1. Dann gibt es das Doppelnegationsgesetz. Das leuchtet eigentlich auch ein. Also wenn ich von einem Wert das Gegenteil nehme und dann nochmal davon das Gegenteil, kommt der Wert wieder raus. Ja, also wenn A falsch ist und dann mache ich nicht A, dann wäre das ja wahr. Und nicht wahr ist dann wieder falsch. Jetzt wird es ein bisschen entspannender. Da gibt es das demorganische Gesetz. Wenn ich hier diesen mit UND verknüpften Term negiere, dann kann ich die Einzelteile jeweils negiert mit ODER verknüpfen. Da kommt dasselbe raus. Umgekehrt gilt das gleiche. Wenn ich einen mit UND verknüpften Term negiere und den auflösen möchte, dann muss ich hier das UND als Operation einsetzen. Dann gibt es das Komplementärgesetz. Das ist eigentlich auch in sich wieder logisch. Also wenn ich A und nicht A miteinander verknüpfe, dann muss 0 rauskommen, weil ja immer 1 von beiden 0 ist. Das gleiche umgekehrt. Wenn ich A und nicht A mit ODER verknüpfe, dann muss 1 rauskommen, weil 1 ist ja dann immer 1 von den beiden Eingängen für die ODER-Verknüpfung. Und dann ist die ODER-Verknüpfung ja auch 1. Gut, dann gibt es das Dualitätsgesetz. Das ist eigentlich hier oben schon immer implizit drin. Das heißt nämlich, wenn ich eine 0 habe und die negiere, kommt eine 1 raus. Wenn ich eine 1 habe und die negiere, kommt eine 0 raus. Dann gibt es noch das Absorptionsgesetz. Das sagt nichts anderes als A. Oder A und B ist A. Das heißt nämlich, egal was hier passiert, das A setzt sich immer durch. Egal welchen Wert das B annimmt, da kommt immer das raus, was A ist. Und das gibt es auch in Umgedreht. Also wenn ich A oder A und B habe, dann ist das auch wieder A. So, das sind die einfachen Rechengesetze. Dann gibt es noch ein paar Kürzungsregeln, die im Prinzip daraus folgen. Also wenn ich jetzt sage, x oder, also in dem Fall x1 oder x1 und x2 ist gleich x1. Das ist im Prinzip unser Absorptionsgesetz. nochmal als Kürzungsregel aufgeschrieben. Das hier ist ein bisschen spannender. Also wenn ich x oder negiertes x und x2 rausbekomme, dann kann ich das zusammenfassen zu x oder x2. Da wird im Prinzip hier dieses x1, wenn ich sagen, wertlos, aber das fällt dann raus. Das gleiche gibt es natürlich auch nochmal in Umgedreht. So, und das hier unten, das erinnert sich so ein bisschen an das Ausmultiplizieren. Also hier x1 und x2 oder x1 und das Gegenteil von 2, x2. Da muss am Ende wieder x1 rauskommen, weil man im Prinzip das x2 und das negierte x2 rauskürzen kann. Und das gleiche gilt auch in Umgekehrt, wenn ich x1 und x2 oder verknüpfe und das Ganze dann mit der oder Verknüpfung von x1 und dem negierten x2 verknüpfe. Dann kommt wieder x1 raus. Das ist ganz praktisch, weil da fällt ja ein relativ großer Term weg. Wenn man sowas mal findet, dann spart man sich einen Haufen Rechenarbeit. So, dann schauen wir uns das mal an. Also, haben wir gesagt, wir benutzen das, um Schaltungen zu entwickeln. Aber fangen wir erstmal an mit der Schaltungsanalyse. Also uns interessiert ja manchmal, was in so einer Schaltung überhaupt los ist. Dazu machen wir eine Schaltungsanalyse. Und dazu vergeben wir in der Schaltung schon mal Namen für Signale, die wir uns da angucken wollen. Also hier würde ich jetzt mal aus dem großen A-Eingang ein kleines a machen. Dann aus dem großen B-Eingang ein kleines b. und dann aus dem großen C ein C. Dann haben wir hier mal das A noch richtig. So, dann gibt es hier in dem Bereich ja noch zwei Signale, die sich hier aus dieser Verknüpfung ergeben. Und der Einfachheit halber schreiben wir uns da einfach auch mal Namen dran. Ich nenne die jetzt mal x und z. Z passt ja dann hier wieder zu unserem Ausgang. So, und wenn wir jetzt wissen wollen, was da drin los ist, dann machen wir uns eine Tabelle mit A, B, C. Ja, weil hier das B aber negiert reingeht, schreiben wir hier einfach schon mal B' hin. Dann können wir nachher direkt mit B' arbeiten. Ja, dann x und z. Und praktischerweise ist unser z gleich unser Ausgang. Das heißt, wir brauchen dann nicht noch eine extra Spalte dafür. Ja, und jetzt haben wir Permutationen. Ich empfehle Ihnen das so hinzuschreiben, dass Sie das blockweise machen. Also wenn Sie jetzt hier erstmal die vier Nullen für das A hinschreiben und dann die vier Einsen, dann können wir dann hinschreiben 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1 für das B. Und das C wäre dann 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Und dann ergeben Sie hier immer genau die Eingangswerte komplett einmal durchpermutiert. Ja, und dann fangen wir mal mit dem B negiert an. Also wenn hier eine 0 steht, muss da eine 1 stehen. Dann steht hier also 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Gut, nächste Spalte wäre jetzt das X. Das ist hier in unserer Schaltung. Das ist das Nicht-B verknüpft mit einem Und, mit dem A. Also diese Spalte mit der ersten. So, 0 und 1 ist 0. 0 und 1 ist 0. Sie sehen, da ist ein System hinter. Also immer wenn hier eine 0 ist, kann ich im Prinzip hier vorne auch gleich eine 0 reinschreiben. 0 und irgendwas ist immer 0. Jetzt müssen wir also hier den unteren Teil noch betrachten. 1, 1, 1. Also 1 und 1 ist 1. 1 und 1 ist 1. Und hier im unteren Teil sehen Sie, da sind das alles Nullen. Dann sähe das so aus. So, und jetzt schauen wir mal uns das Z an. Das Z ist nämlich jetzt das X, also diese Spalte, also dieses X, mit oder verknüpft mit dem C, ist unser Z. Das C ist die Spalte. Das heißt, wenn jetzt in einer von den beiden Spalten eine 1 steht, dann kommt hier hinten eine 1 hin. Jetzt steht hier nur Nullen drin. Also kommt hier raus 0. Hier steht jetzt eine 1. 1, 0. Jetzt steht hier eine 1 und da eine 0, also kommt hier eine 1 rein. Jetzt steht hier eine 0 und da eine 1, also eine 1, da eine 1 und da eine 1. Eine würde uns ja schon reichen für eine 1. So, jetzt sind hier zwei Nullen. Und hier ist eine 1 und eine 0 macht eine 1. So, jetzt wissen wir also, was diese Schaltung macht. Wir können jetzt angeben, im Prinzip in Abhängigkeit von den Eingangswerten, die hier in dem Bereich stehen, können wir angeben, was der Ausgangswert sein wird. So, dann schauen wir uns mal eine etwas umfangreichere Schaltung an. Ich habe jetzt hier schon mal Signalnamen draufgeschrieben, also hier das C, das D nach den Eingängen. Dann habe ich hier W, Y, Y negiert, X und Z. Dann müsste ja die Wertetabelle so aussehen. Ich habe hier schon mal das B negiert reingeschrieben, weil das B negiert ja wieder so hier reingeht. Jetzt drücken Sie mal auf die Pause-Taste und füllen Sie sich mal diese Wertetabelle aus. So, willkommen zurück. Also, so sieht die Wertetabelle aus. Die ist auch in den Folien, da können Sie sich nochmal vergleichen, ob Sie die richtig ausgefüllt haben. Sie sehen, das wird relativ schnell sehr groß und sehr lästig. Also macht es schon mal Sinn, wenn man sich so gewisse Strategien beschafft, wie man da, sagen wir mal, leichter durchsteigt, beziehungsweise das dann auch ein bisschen auflösen kann. Machen wir das mal an einem Beispiel. Also, ich habe hier einen Notabschalter an so einer Maschine. Also, an einer Maschine soll abhängig von einem Schaltsignal ein Antrieb ein- bzw. ausgeschaltet werden. Gut, dann ergibt sich hier zwei Signale. Einmal hier haben wir Power, das heißt, die Maschine hat überhaupt Strom. Und dann gibt es hier einen Antrieb und der wird im Prinzip geschaltet durch ein Schaltensignal. Das habe ich jetzt mal S genannt. So, zusätzlich soll der Antrieb abgeschaltet werden, also abschalten, wenn zwei von drei Lichtschranken ausgelöst werden. Das heißt, also was weiß ich, wir haben hier irgendwas drin und wir geben da immer was rein. Und solange wir nur von einer Seite was reingehen, passiert nichts, irgendwie eine Beschickung. Aber wenn wir irgendwie dann zwei Seiten die Lichtschranke unterbrechen, dann soll er das abschalten. Gut, wenn ich mir das jetzt anschaue, dann habe ich jetzt hier eine ganze Reihe Signale. Das P und das S habe ich schon gesagt. Und dann jeweils für jede von den Lichtschranken nochmal ein zusätzliches Signal. Die nennen wir S1, S2 und S3. So, dann müsste die Wahrheitstabelle so aussehen. Es gibt Power, es gibt das Schaltsignal, es gibt das S1, das S2, das S3. Ich habe die jeweils immer durchpermutiert. Dann ergibt sich so eine Wahrheitstabelle. Wenn wir die jetzt ausfüllen, dann gibt es hier relativ viele Nullen, ein paar Einsen und hier unten wieder Nullen. Also was klar ist, also solange es kein Schaltsignal gibt, darf natürlich der Antrieb auch nicht laufen. Also diesen Block hier oben, den kann man im Prinzip blind hinschreiben. Wenn kein Power da ist, das wäre also im Prinzip hier unten ja nochmal die gleiche Tabelle, dann läuft auch nichts. Also die kann ich mir an der Stelle im Prinzip schenken. Der obere Teil ist völlig uninteressant. Das heißt, was bleibt, ist hier dieser untere Teil. Und da können wir mal schauen. Also was hier interessant ist, ist ja im Prinzip, also wenn keine von den Dingern auslöst, dann läuft die Maschine. Wenn eine ausläuft, läuft sie auch. Und dann haben wir hier im Prinzip die Fälle, wo die Maschine im Prinzip dann nicht läuft, dann ausschaltet, wenn ich hier zwei oder hier zwei oder hier zwei oder eben sogar alle drei auslöse. Das heißt, die Aufgabe ist gar nicht so groß, wie die Tabelle aussieht, sondern die Aufgabe ist im Prinzip, finde mir eine Schaltung für mindestens zwei von drei. So, das schauen wir uns jetzt mal an. So, wenn ich jetzt also sage, mindestens zwei von drei, dann ist es ja nichts anderes, als ich sage, okay, wenn die beiden an sind, oder wenn die beiden an sind, oder wenn die beiden an sind, dann soll was passieren. Dann können wir die ja erstmal so ganz salopp mit einer Unverknüpfung verknüpfen. Also, wenn die beiden an sind, dann hätten wir unser, dann soll ja was passieren. Oder wenn der und der hier an sind, soll was passieren. Oder wenn B und C an sind, soll was passieren. So, das heißt also, die hier hinten müssen alle mit einem Oder verknüpft werden. Ja, da verknüpfen wir also erstmal die beiden hier unten mit einem Oder. Und dann den hier oben noch. So, das heißt also, das ist jetzt erstmal eine Schaltung, die sagt, wenn mindestens zwei von drei irgendwas machen, dann soll was passieren. Die ist natürlich jetzt nicht, sagen wir mal, so besonders schön. Deshalb wollen wir die ein bisschen vereinfachen. Und dazu schreiben wir uns als allererstes mal raus, wie die überhaupt in Schallalgebra aussehen würde. Also, sagen wir mal so, Z Wie soll ich das jetzt hier? Z ist gleich. Ja, und jetzt steht hier vorne, da, in dem Bereich steht Klammer auf A und B oder Klammer auf, Klammer auf B und C oder A und C. Also hier hinten, das von da bis da, ist die Klammer um das hier. Das heißt also, diese Oder-Verknüpfung besteht ja aus zwei Unverknüpfungen. Ja, und hier oben gibt es ja nochmal eine Unverknüpfung, nämlich die da, die da mit dem Ganzen wieder verodert ist. Also, machen wir es nochmal etwas übersichtlicher. Das Ganze muss heißen, Z ist gleich A und B oder B und C oder A und C. So, jetzt schauen Sie einfach mal zurück in Ihre Tabelle mit den Rechenoperationen, die ich Ihnen gegeben habe. Das erste, was uns auffällt, ist, dass wenn die alle gleich sind, hier die Operatoren zwischen den Termen, dass ich dann die Klammern weglassen kann. Das ist Assoziativgesetz. Das heißt also, hier steht dann A und B oder B und C oder A und C. Ja, bis dahin noch nichts Besonderes. Dann kann man da jetzt auch noch die Reihenfolge vertauschen. Machen wir das mal. Dann kommen wir nämlich dahin, dass dann hier A und B steht oder A und natürlich und C oder B und C. So, und hier vorne, die beiden, die, also von hier bis da, die kann ich jetzt mit einem Absorptionsgesetz zusammenfassen. ne, also ich kann jetzt sagen, ne, Quatsch, nicht im Absorptionsgesetz. Die kann ich ja ausklammern. Also kann ich sagen, A und und jetzt C oder B und und das Ganze verknüpft mit oder B und C. Ne, ne, das heißt also, das Ganze ist jetzt viel, viel übersichtlicher. So, wenn ich das jetzt umsetze, wieder in die Schaltung, ne, steht hier A und C oder B, ne, also hier C oder B und A und das Ganze, also dieser ganze Teil, also der kommt ja dann hier raus, verknüpft mit B und C, also B und C mit einer Oder-Verknüpfung verknüpft, ergibt unser Z. Gut, jetzt haben wir da noch nicht so ganz, ganz unfassbar viele Schaltelemente gespart, aber grundsätzlich kann man natürlich, wenn man so eine Schaltung optimiert, Schaltelemente sparen. Das ist natürlich mal ganz interessant, wenn die Schaltelemente irgendwie Geld kosten oder sonst irgendwelche Ressourcen verbrauchen. Gut, wenn ich das Ganze jetzt zusammensetze, dann ist ja klar, dieses, was wir gerade ausgerechnet haben, also dieses 2 aus 3, ja, das muss ja hier noch negiert werden, denn im Prinzip steht ja nichts anderes, als, also es muss der Strom an sein, es muss der Schalter an sein, also und, dann gibt es hier ein Und-Signal und es darf nicht die die Schaltlogik für die Lichtschranken ausgelöst haben, dann erst läuft die Maschine und das Auslösen, das machen wir hier über diese 2 aus 3. Das heißt, wenn 2 aus 3 an sind, dann kommt hier ein positives Schaltsignal an, das wird negiert und dann wird die 0, die hier ankommt, mit, egal was hier ist, zusammen verordert und dann würde sich die 0 durchsetzen und hier die Maschine entsprechend ausschalten. So, hier haben wir noch ein zweites Beispiel, schauen Sie sich das mal an, drücken Sie natürlich jetzt erstmal auf Pause, bevor Sie sich das anschauen und gucken mal, ob Sie das in Schallalgebra umbauen können, äh, in Algebra umbauen können und dann äh, rechnen wir das auch gleich noch aus. So, willkommen zurück. Wenn wir jetzt also dieses hier umsetzen wollen, dann wäre ja das hier einmal der Term A und B und das hier wäre einmal der Term B und C und das Ganze ist mit einem Oder verknüpft. So, schauen wir mal hier, also A und B oder C und B, das ist der untere Teil, hier oben das Oder wird zu diesem V. Wenn ich mir das anschaue, stelle ich fest, A, das kann ich ausklammern, dann kommt da raus, Z ist gleich B und A oder C. So, wenn ich das umbaue, sieht es so aus, habe ich dann schon wieder ein Schaltelement gespart, ne, hier ist dann mein A oder C, dieser Teil vom Term und das hier ist das und. Gut, und das ist dann mein Ergebnis. Also kann man eigentlich, wenn man sich die Algebra hinschreibt und dann die Regeln entsprechend anwendet, kann man unter Umständen kleinen Vorteil erzielen. So, jetzt habe ich noch eine etwas größere Schaltung, da wird der Term auch etwas größer. Versuchen Sie mal da den Term aufzustellen, bevor Sie dann auf weiter drücken und gucken Sie mal, dass Sie da vielleicht schon mal einzelne Vereinbarungen dran vornehmen können. So, wenn ich mir das jetzt hier also anschaue, dann sehe ich hier oben erstmal A und B. Das ist so eine Verknüpfung. Mit der fangen wir mal an. Also A und B sind miteinander verknüpft hier oben. So, das Ergebnis von A und B ist verknüpft mit einer Oder-Verknüpfung mit dem B. Das heißt also, es gibt hier noch ein Oder-B. Schauen wir mal weiter. Das B ist auch noch verknüpft hier mit einem Oder- mit einem anderen Term, nämlich mit dem hier. Also diese Unverknüpfung machen wir die mal hier hin. Das ist nämlich B und C und das Ganze ist hier verknüpft mit Oder nochmal mit dem B oder B. So, die beiden, also das, was wir hier oben jetzt aufgebaut haben, also was hier rauskommt, ist ja das da. Das, was hier rauskommt, ist das hier. Ja, der Teil hier ist nochmal mit einer Unverknüpfung verknüpft mit dem C. Das heißt also, da machen wir jetzt nochmal eine Klammer drum und machen eine Unverknüpfung mit dem C. So, und dieses ganze Ding jetzt ist mit einer Unverknüpfung verknüpft mit dem hier oben. Also kommt hier ein Und dazwischen, da machen wir hier noch eine Klammer drum. Dann können wir ganz sicher sein, dass wir alles richtig gemacht haben. Gut. Dann schauen wir doch mal. Das können wir bestimmt ein bisschen vereinfachen. Ich habe mal hier noch die Übersicht mit den Gesetzen eingeblendet. So, wenn jetzt hier steht A und B oder B, dann sieht es ja hier unten dieser Gleichung sehr ähnlich. Da ist es ja mit A und B aufgezeigt. Das ist das sogenannte Absorptionsgesetz. Das heißt also, da wird offensichtlich irgendwie Information absorbiert. Schauen wir mal. Also hier steht A und A oder B ist gleich A. Da wird also im Prinzip die Information von dem B-Weg absorbiert. Bei uns ist es so, hier steht jetzt B oder B und A. Das ist das hier A oder A und B. Und das ist hier A. Also in unserem Fall wäre das das B. Statt diesem ganzen Term kann ich jetzt ein B schreiben. Jetzt lassen wir mal den Rest hier wie er ist. Das soll wirklich jetzt mal pro Zeile nur eine Umwandlung machen. Das bleibt alles so stehen, wie es ist. So, dann schauen wir mal weiter. Nächste Zeile, das hier sieht ja auch wieder ziemlich nach einer Absorption aus. Da können wir also jetzt hier, dass B und C oder B. Das ist wieder das hier. Da kommt also hier auch B raus. Also in den geklammerten Termen steht dann B und C. Das Ganze ist wieder verundet mit dem B von hier vorne. So, jetzt steht hier B und in Klammern B und C. Naja, da schauen wir mal hier. Das ist das Allerzativgesetz. Das sagt im Prinzip, wenn die Operatoren alle gleich sind, dann kann ich die Klammern weglassen. Dann steht hier am Ende B und B und C. Naja, das kann ich wieder zusammenfassen, weil hier A und A ist gleich A, also B und B wäre B, also steht hier einfach nur noch B und C. Naja, im Vergleich zu unserer Schaltung von oben würde das heißen, da ist im Prinzip nur noch eine Unverknüpfung übrig und das ist natürlich viel kleiner als die Ausgangsgleichung. Gut, das war jetzt ein Beispiel, normalerweise hat man nicht ganz so einen großen Optimierungsgewinn, aber Sie können sich ungefähr vorstellen, wie man da vorgeht. So, also hier nochmal die ganze Umformung im Überblick. Ich habe dann immer in Klammern dazu geschrieben, welches Gesetz ich benutzt habe und wenn man unten schaut, die Schaltung sieht da deutlich aufgeräumter aus. Gut, dann habe ich noch eine Aufgabe, die wir dann auch im Plenum noch besprechen wollen. Ich habe sie mal die fünf Weisen genannt. Zur Vereinfachung von Abstimmungsverfahren haben die irgendwie so Ja-Nein-Knöpfe und haben die jetzt miteinander verknüpft. Also Ja-Nein kann man ja auch sehr schön auf 0 und 1 abbilden. Das heißt, wir können daraus eine Schaltung modellieren. Ja, die haben da noch so eine Kleinigkeit, irgendwie zwei sind besonders wichtig, schauen Sie sich die Aufgabenstellung mal an. Die kann man dann aus der Betrachtung der Aufgabenstellung schon ein bisschen in kleinere Teile zerlegen und dann erst mal die lösen. Gut, das war die kurze Einführung in die Buhlsche Algebra mit ein bisschen Umformen auch. Wir werden das dann verwenden für die Rechenwerke, das ist das nächste Thema. Aber jetzt sehen wir uns erst mal zu diesem Thema im Plenum und machen dann auch die Übung mit den fünf Weisen. Und dann Buhlsche Däuble und dann das ist das